Die laparoskopische Methode, also die Schlüssellochtechnik heutzutage, heißt, dass der Patient über kleine Schnitte minimalinvasiv operiert wird, über Hülsen, die in die Bauchhöhle eingebracht werden, mit Kamera und Arbeitsgeräten ohne einen großen Bauchschnitt. Das ist die größte Errungenschaft in den letzten Jahrzehnten in der Bauchchirurgie, weil es unglaublich viele Vorteile für den Patienten bringt. Nicht nur Kosmetik, sondern weniger Schmerzen, der Patient kommt schneller nach Hause, teilweise gehen die Patienten nach großen Eingriffen bereits am fünften oder sechsten Tag nach Hause, der Darm kommt schneller in Gang und der Patient kann schneller das Krankenhaus verlassen. Für uns Chirurgen ist es wirklich immer eine Freude zu sehen, wie schnell der Patient sich nach einer so großen Operation erholt. O sch Stern O O O O O Vielen Dank.